Hallöchen ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Knuddel Minecraft! Ja, ich wollte Holz hacken. Nein, Cookie, wir können jetzt nicht schmusen. Ich hab jetzt keine Zeit. Meine Cookie kommt auch immer dann an, wenn's uncool ist. Die ist jetzt nämlich gerade unterm Schreibtisch und schnuckelt an meinen Hausschuhen rum. Also die... ich tut da immer so dran rumnuckeln irgendwie und tut dann halt da so treten. Das machen doch auch die kleinen Babykatzen, wenn sie bei der Mama eben Milch trinken. Also Katzenhalter werden schon wissen, was ich jetzt da meine, mit rumschnuckeln und treten und so. Oh, ein Apfel. Ein Erbfischen. Okay, das reicht schon. Hier, haben wir nachgesäht. Nachgesetzt. So, jetzt will bestimmt Cookie gleich raus oder so ein Schmarrn. Das geht doch alles immer nicht, ey. So, lecker Melonen. Melonen sind lecker. Mögt ihr Melonen? Also jetzt haben wir ja wieder toll Sommer und so. Da gibt's die ganzen Früchte wieder. Ich find das immer total geil. Mögt ihr auch so Obstkram oder seid ihr solche, ne, ich ess nichts Gesundes? Ähm, ich persönlich find das ja schon super. Ich trinke immer total... ey, ich esse immer total gerne. Ähm, Obst. Also, ich ess ja auch eher Obst, anstatt dass ich Süßigkeiten esse. Ja, genau. Ist aber auch super lecker, ey. Ich könnte... Bei frischem Obst, find ich... Boah, ich bin da richtig süchtig danach. So. Also, schreibt's doch mal in die Kommentare, was für Obst ihr so gerne habt. Wenn ihr Obst gerne habt. Das hört sich irgendwie an wie so eine Verkaufsmasche. Schreibt das doch in die Kommentare, liebe Leute. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Bla, 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 bla. Ups, scheiße. Ach, Mensch. Ich muss nämlich jetzt ganz dringend endlich mal das Dächlein fertig machen. Warum? Das hab ich schon mal irgendwie indirekt gesagt. Aber ja, es hat so seine Gründe, die ihr auch noch bald erfahren werdet dann. So. So, jetzt musste ich kurz, äh, mich am Arm jucken. Irgendwie bin ich jetzt gerade blöd auf meinem Teppich. Muss ich mal hin und her fahren, so. Hat irgendwie so ein bisschen ein Hückelchen gebildet. So, wo haben wir die Treppen hier? Jetzt haben wir doch ein bisschen zu viel. Ey, Cookie, was machst du? Cookie, ey, die macht schon wieder total schabernackt. Das ist voll die Schabernack-Queen, ey. Oh, Cookie, du bist schuld. Du bist schuld. Ja, ja, du bist schuld. Ich glaube, Cookie sieht Käfer draußen. Und geht jetzt total ab, so. Wow, Käfer. Wow. Ich muss jetzt erstmal voll abgehen und mit meinem Schwänzchen voll leer machen. Die tut nämlich jetzt gerade extremst hier rumschwänzeln. Die ist jetzt auf meinem Crosstrainer hinten, so. Und mit dem Schwänzchen dann so rumschwänzeln. Das hört sich dann ja immer an, so. Klok, 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 klok. Genau. So ist das. Ey, das ist ja perfekt hier. Sehr schön. Jetzt frage ich mich dann nur, wenn ich jetzt gleich da wieder dann reinkomme. Hm. Ich kann natürlich einfach ins Wasser sprengen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Und würde es sich ja auch hier eigentlich anbieten. Äh. Es wird dunkel. Das heißt, ich muss mich beeilen. Dann ist es eh nicht so schlecht, wenn wir dann so... Ah, scheiße, ich hab doch keine Zeit. Wenn wir dann so voll so Gironimo-mäßig da reinspringen, dann so. Voll James-Bond-mäßig. So, äh, wo ist es da? Wow. Plopp. So, und jetzt sind wir irgendwo in Lost gestrandet. Das muss ich gerade irgendwie dran denken. Durch das, ähm, Schilf. Zuckerrohr, was weiß ich. So. Miau. Miau, Cookie. Cookie. Hey, Cookie, was machst du? Schau. Miau. Schau raus aus dem Feste. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So. Schön ins Bettchen kuscheln. Schön. Nee, ich will, äh, mir fällt gerade ein, ich will lieber da an dem Bettchen hier schlafen. Nicht so an der Kante da drüben. Hier. Kann man hier rausfallen. Ja, genau. Ich bin da nämlich schon ein bisschen kritischer. Schaut toll aus. Schaut echt hübsch jetzt aus. Jetzt muss ich da unten dann noch diese Stelzen machen. Dass es nicht so in der Luft schwebt, wie ja viele schon gesagt haben. Das hatte ich natürlich eh sowieso vor. Äh, oh, Cookie, jetzt bist du runtergefallen, ne? Ähm, nur ist da das Problem, dass ich bestimmt dabei ertrinken werde. Das ist natürlich jetzt doof. So, Dali. Kennen wir mal. Hier haben wir noch ein paar so Dinge. Hier auch. Das brauchen wir nicht. So, okay. Die Treppen. Oh Gott, creepy Geräusche. Cookie, du machst ganz schön viel Lärm hier. Das geht doch so nicht. So, erstmal kurz eine Melone. Cookie. Was machst du denn? Da, das macht die ganze Zeit bumm, bumm, bumm. Mensch, Cookie. Moment, ich tue mal Cookie raus. So, Dali. Jetzt hat. Jetzt haben wir das kleine, laute Monster raus. So, da haben wir jetzt schön wieder Dingsbums. Ähm, ja, ich glaube, das passt schon so, sagen wir mal, Fans machen. Fans. Ja, 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 das ist halt so eine Sache, ne? Ich habe ein bisschen auch, ehrlich gesagt, Angst, diese doofen Dinger da zu machen. Weil, ich meine, da muss ich ja ins Wasser und ich bin jetzt nicht so die gute Schwimmerin. Wie das klingt. Das ist aber eher echt so. So, die mache ich da unten hin. Und hier. Okay. Machen wir mal hier ein paar so Dinger. Dann. Es schaut total noch total viel aus, dass es irgendwie zu viel ist. Aber in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich noch nicht mal reichen. So, und jetzt hier hoch. Miau. Hilfe. Hilfe. Ich habe immer Angst beim rausgehen hier. So, ich sollte auch nicht so rauswandern und dann erstmal das machen. So, wie mache ich das? Ah, das ist kacke. Äh. Das finde ich nicht gut. So, okay. Ja, habe ich es ein bisschen weiter schon geschafft. Okay. Und jetzt hier. So, okay. Da habe ich es noch weiter. Wow, vielleicht schaffe ich hier vier. Und ich verkack es total. Wow, ich habe es weiter geschafft. Wow, das ist super. Das ist super. Äh. Äh. Scheiße. Da habe ich es verkackt. Okay. Da werde ich, glaube ich, mir mal... Äh. Geh weg. Geh. Scheiße, Mann. Mann, ich bin zu blöd, ey. So, das mache ich. Das mache ich jetzt anders. Das ist mir jetzt zu blöd. Tut mir leid. Scheiße, ich kann doch nicht mal Game Mode ändern. Oder? Game Mode. Äh. Eins. Ab. Das pack. Frettchen. Äh. Das geht nicht. Aber ich habe da schon eine Idee. Ich weiß schon, wie ich das mache. Ha. So, aber jetzt mache ich erstmal hier dran. Und ihr? Ihr wartet da unten einfach auf mich. Jetzt würden sie wegrennen, ey. So ein Schmarrn. So. Okay. Jetzt müsste ich... Müsse ich da hoch, um die Erde wegzumachen. Ähm. Okay. Hier irgendwie. So. Oh. Ups. Habe ich jetzt hier... Da haben wir noch Erde. So. Okay. Müssen wir das alles hier noch hinter uns hinten wegmachen? So. So. Das kann man auch dran lassen, weil ich ja eigentlich auch noch... Hier haben wir Glas dabei. Nein, haben wir natürlich nicht. So. Erstmal die Erde hier einsammeln. Passt schon. So. Dann muss ich jetzt Erde holen. Nein, nicht Erde. Ähm. Glas. Wir rennen in den Keller. Und dabei werden wir uns sicher aufhängen. Also... Nicht jetzt aufhängen, sondern das Spiel so, ne? So. Erstmal runterrutschen. Yay. Glas haben wir, glaube ich, hier unten. Oh, es ist voll verwirrend gerade. Ich weiß nicht. Wenn ich da zu nah dran bin, ne? Äh. So. Mit dem... Gesicht. So. Dann ist es zum Teil so verwirrend bei mir. Ist ganz schlimm immer. Mit mir... Ich weiß nicht. Wir werden beim Minecraft-Spielen irgendwie in der ersten Zeit immer schwindelig so. So. Wow. Es ist so dreidimensional. Als wäre ich voll drin und so. So. Hier zumachen. Okay. Da könnten wir dann auch eigentlich mal wieder machen. Ey, es schaut so scheiße aus. Mann. Ich bin zu blöd, um aus dem Busch zu winken. Okay. Hier. Glas. Okay. Dann kommen wir hier. Schaut doch ganz hübsch dann hoffentlich aus. Äh. Ah, Mann. Ich sag doch, ich bin zu blöd hier. Ist doch scheiße hier alles. Ah, da fehlt Holz. Mann, nur Meter, ey. Was ist hier los? Mann, nur Meter. Voll ekelhafte Kinder. Ja, so. Schaut das jetzt überhaupt blöd aus, wenn das jetzt da nicht ganz abschließend ist? Müsste ich mal gucken. Aber ich hoffe mal nein. Ich hoffe jetzt einfach mal nein. Nein, das schaut toll aus. Wunderschön. So, jetzt brauche ich doch nochmal Erde. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Also, Erde. Ah, ich bin total der Tollpatschmann. Manchmal rege ich mich so auf damit. Ja, Fackel. Ja, ich brauche dich natürlich nicht mehr. Ja, ich brauche dich natürlich nicht mehr. Hau einfach ab. Hä? Mensch, Mensch, Mensch. Heute läuft auch nicht so, wie es soll. Aber, naja, ich glaube, es läuft nie so, wie es soll. Bei mir zumindest. Ich bin einfach kein organisierter Crafter. Ich bin einfach so schlecht. Also, hier. Okay. So, passt das, oder? Wunderschön. Okay. So, und ich wünsche... Oh, ich müsste, glaube ich, Fackeln drauf machen, sonst spawnt mir hier echt noch was. Ähm. Hier. Mach mal hier so. Und... Da. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich gerade denke. So. Ich steppe. Okay, hier oben. Und dann sozusagen hier. Ich hoffe, das reicht aus, damit nichts spawnt. Aber das werden wir ja dann ja merken. Warum nehme ich nicht die Schaufel? Ah, heute ist nicht mein Tag. Aber ich werde jetzt dann eh eine Aufnahmepause machen. Hier, ha. So. So. Irgendwie doch ganz nett. Ich könnte da noch so... Aber ich glaube, so schaut das ja blöd aus, ne? Hier. Ja. Das schaut immer blöd aus. Das finde ich scheiße an diesen Fensters, dass man sie nicht so quer machen kann, sozusagen. Wisst ihr? Da werde ich dann... Ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich nicht hier einen Dachboden machen. Ich denke, dass ich einfach da so Glas reinmachen werde. Mhm. Das werde ich machen. Toll, oder? Ja. So. Haben wir... Könnten wir mal ein bisschen Fackeln machen. Nicht lange Fackeln. Einfach Fackeln machen. So. Hier machen wir lieber auch nochmal Notstickies. So. Och Gott, es wird schon wieder dunkel. Das gibt's doch einfach nicht. Schnell hochrennen. So. Okay, gerade noch rechtzeitig, bevor mir irgendwas spawnt. Zumindest in meiner Nähe. Weil unten wird jetzt schon fleißig was spawnen. Oder? Oder noch nicht? Noch nicht oder schon? Wir können ja mal gucken. Gehen wir mal hoch. Ins Bettchen. Und von da aus tun wir jetzt Monster anschauen. Ja, wo sind sie denn? Sie sind weg. Noch. Hallo? Da hinten ist doch ein Skelett schon, oder? Nee. Was ist da los? Ist es noch zu hell, oder wie? Ah, da ist ein... ein... ein Tombi. Rudolf und seine Gang. Wisst ihr ja. Da sind jetzt Spinnen. Die bösen... die bösen Slingel. Die bösen Spinnen. So. War noch keine Creeper, oder so? Oder ich bin einfach blind. Na gut. Wir gehen schlafen. So. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ich... Hier... Mein Versuch, Game-Mode zu ändern. So, guten Morgen, meine Lieben. So, übrigens, falls ich mich ein bisschen erkältet anhöre, dann tut es mir leid. So, aber ich werde jetzt auch eine Aufnahmepause machen, weil mein Ziel war es eigentlich nur, dieses Dach hier zu schaffen, äh, das hatte auch so seinen Grund. Das werdet ihr dann vielleicht in der, wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Ja. Und dieses Ding werde ich dann auch noch ändern. So, also, ihr Lieben, tut mir leid, dass ich mich ein bisschen krank angehört habe. Ich bin ein bisschen erkältet. So. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, let's knuddle in Minecraft. Oh, mein Gott. Tschüss. Dum-dum-disch, 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 dum-dum-disch.